Ich heiße Arif Unnal. Ich wohne im schönsten Stadt der Welt Köln. Ich bin für die Gesundheitspolitik, Alter- und Pflegepolitik zuständig, gleichzeitig Vorsitzende des Integrationsausschusses. Ich bin Grün, weil die Grünen von der Vielfalt nicht nur reden, sondern in ihren Strukturen umsetzen. Ich setze mich für eine gerechte und gute Gesundheitsversorgung für alle, Quartierentwicklung, ambulante Wohnformen im Alter- und Pflegebedarf und für eine solidarische Gesellschaft ein. In meiner Freizeit lese ich gerne. Ich mache lange Spaziergänge am Rhein entlang mit meiner Frau, spiele mit meinen Katzen und ich spiele auch unterschiedliche Musikinstrumente und singe ich in einem Chor. Ich will ein solidarisches NRW, in dem die Menschen wegen ihrer ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Aussehen und sexueller Orientierung nicht diskriminiert werden und jede die gleiche Chance bekomme, an der Gesellschaft teilzunehmen. Was ist das für die Gesellschaft? Was ist das für die Gesellschaft? Was geworden sein den Wanna-versichst, das gerne lockeroren ist. Was bekomme ich nicht? Was war das für die Menschen? Es hat sich statement, jedenfalls eine thats Game-lob! Was? Vielen Dank.